Hey, hallo, Leute, ich wollte euch mal mein Klappi hier zeigen, das ist grün, das heißt wie, das heißt Kermit, wie der Frosch, hohoho, ist ein Rennmodell, das seht ihr hier an der Flacke, hat einen ultrabequemen Sattel, einen geilen Lenker und sogar eine ultrascharfe Zweigangnarbe hinten drin, der eine Gang ist schnell und der andere ist langsam, das geht von ganz alleine, wenn du Rücktritt machst, dann ändert sich der Gang, ist cool, muss man sich aber dran gewöhnen, hat Licht und hat ein Rücklicht, aber das scheint irgendwie so ein bisschen aus der Zukunft zu kommen, ne, ja, und klingeln tut es auch, haha, so, und jetzt nehme ich mal die Kamera und dann zeige ich euch mal so die coolen Details, ja, da ist er, der Kermit, hier, cooler Lenker, guck mal, Ape Shape, abgefahren, da, hier, nochmal die Klingel, Steuerkopfschild, Rennmodell, tolle Lampe, abgefahrene Dynamo, Bordradnarbe, ha, sogar noch der original Narbenputzring dabei, ist es nicht dufte, die Bremse, sieht nicht gut aus, aber er zieht wie Hulle, sag ich euch, da kann man es klappen, ob er es glaubt oder nicht, passt sogar in meinen Manta, hier ist die Hinterradnarbe, die mit der Zweigangschaltung, hier ist die nicht super, ja, ein schickes Rädchen, ne, Er ist nicht duole, dass man gerade in meinen Augen ist wieieur, was sie